so wie hier oben schon sehen könnt verbleibende zeit 14 tage 23 stunden und 59 minuten haben wir 50 prozent mehr xp bonus und ich habe hier noch von dem event habe ich ja noch hier süßigkeiten die geben dann mal fünf prozent schaden und zehn prozent erfahrung für eine halbe stunde und ja ansonsten halt nur symbol des weißen kaisers handschuhe des weißen kaisers und weisen bei dieser kaiser entschuldigung damit ich auch noch schneller rankpunkte bekomme und da können wir schon loslegen erstmal buffen unsere buff gibt 48,3 krit das ist schon mal jede menge unser pferd noch schnell rufen ach komm schon Mistgaul da ist er doch da ist das Mistvieh so handschuhe zucker das 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 alles an ich weiß gar nicht mehr wie das war ich die gruppe ich gepackt habe so machen wir mit krit die 1,1k ja kommt hin ja ich level den jetzt erstmal auf 50 damit ich hier mein gürtel anziehen kann weil der gibt uns 500 tp mehr und dann kommen wir auf die 55 zu langsam noch potz habe ich auch schnell schlagen wir eigentlich 160 das geht und 571 def ja ist jetzt nicht das beste aber auch nicht schlecht natürlich haben wir kein 41er schild das wir haben einiges besser so jetzt hat es kurz gelaget aber okay ja mit 50 können wir auch unser kampfgoal endlich machen nicht verrecken das wäre nicht so schön so wie ihr seht haben wir ein paar minuten schon 12% das ist schon ganz schön viel aber meiner meinung noch schlagen wir immer noch ein wenig zu langsam also ein tickt bisschen mehr so wir haben wir gerade dran aktivieren Ich mache die Sache um einiges einfacher, wir sind ja auch schneller und wir können besser im Level. So, wir sind gerade vergiftet, das freut mich jetzt schon, ja, und ich habe keinen Buff, was ist denn da los, Buff mach deinen Job, so, du stellst dich mal da in die Ecke, und wenn du nicht um den Weg rum stehst, dann gehen wir noch mit, dann gehen wir auch noch mit. Also so 4-5 Gruppen, ja, eher 4 würde ich sagen, ist eigentlich optimal. Ich weiß jetzt gar nicht wie viel ich habe. So, da haben wir gleich 25%, so schnell das nicht geht. Ah, hätte ich mehr Süßigkeiten gefarmt, also Froth, dann hätte ich jetzt mehr Süßigkeiten, weil 5% mehr Schaden und 10% mehr Erfahrung ist schon eine Menge. So, auf Stärke, Stärke haben wir auch schon gleich Max, denke ich mal. Oh oh, gleich wieder stärker Körper aktivieren. Okay. So, dann können wir gleich buffen. Es gibt nichts schlimmeres, wenn ich grad 4-5 Gruppen habe und mein Buff ausgehe, also das ist voll für den Arsch, weil ich hab auch so viele Sachen aktiviert, grüner Port, Süßigkeiten und so hast du nicht gesehen, das wäre schade. Mir gibt so viel Young und ich hab immer keinen Bock das aufziehen, obwohl das eigentlich viel genug Geld einbringt. So, wie man hier sehen kann. Jetzt müssen wir das Geld schnell hier einsammeln. Bis zum nächsten Mal. Dad. Ich manchmal diese drei buste sindbring. Weißt du was? Gar nicht, wenn ich eigentlich so ein, na, nicht Diebeshandschuhe, sondern hier dritte Hand. Ach komm, nimm für 30 Tage, da ist es. Da haben wir, der Drachen, Dingspumpster leer, dann lau ich mal von neu an, bis gleich. So, hier ist unsere dritte Hand, die uns halt automatisch Young aufhebt, weil es ist schon ein bisschen nervig auf Dauer. So, na, gleich wieder buffen. So, gehen wir auf den Level. So, na, potten, potten, potten. Na, potten, potten, potten. . Hier noch ein bisschen Ordnung, damit das hier auch ja schön aussieht. Ach, leider haben die Glocken kein Int. Das wäre zu schön gewesen, wenn jetzt schön 12 Int drauf wären. Gleich wird 30 Kaka auf 40 Kaka verkaufen. Hat wirklich was noch auf VideoShop-Lager? Ne. Alter, lass mich raus. Warum schlage ich wieder so lange? Ach, ich dachte, das hält eine ganze halbe Stunde, das hält ja nur 10 Minuten, die Scheiße. Wow, bringt ja auch. So, wieder auf Stärke einfach. Ich will kurz gucken. 82 ja, 82 Stärke. Ja, fehlt uns noch 8 Stärke und dann haben wir auch schon Full-SDR. Das ist schon mal sehr gut. Wie viel Rang haben wir eigentlich? 3100. Na ja, so schnell steigt es leider auch nicht. Obwohl ich eigentlich beides an habe. 390 Stärke. Und dann wieder das alles. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 7. prozent angriff speed für zehn minuten was will ich mit heu umhebe ich so was auf der eine pot bringt ja was ich nur sagen wollte ich habe vor kurzem mir eine xbox one zugelegt und da habe ich jetzt überlegt auch let's place zu drehen nur ist die frage halt wann ich da mit dem projekt jetzt anfangen und was ich überhaupt genau aufnehmen eigentlich ich sag mal so ich hatte ich war der playstation freak ich hatte immer playstation 12 und 32 hatte ich nur die 1 hatte ich und 3 und vor kurzem habe ich überlegt was für eine neue spielkonsole hole ich mir habe mir auch schon überlegt playstation 4 war nicht schlecht aber da habe ich mir so überlegt eine playstation 3 habe ich schon ich wollte immer was neues ausprobieren gesagt ach komm holst du mir diesmal eine xbox war ziemlich teuer es war eine sonderedition von call of duty dieses ganz neue keine ahnung wie das heißt jetzt aus dem kopf es hat auch eine größere ja größeren festplattenspeicher und ein terabyte aber spielbar sind teils 760 glaube ich kollege meinte ja warum holst du dir keine blaze station 4 habe ich gesagt wir wollen was neues ausprobieren außerdem warum ich die special edition gold habe und nicht die normale ja wenn man ganz schön viele spiele drauf installiert dann also ein spiel und richtig gute spiele sind da mal locker 30 40 gigabyte weg wenn ich sogar mehr und da ist es nicht verkehrt immer so viel wie möglich mehr arbeitsspeicher und festplatten speicher zu haben ja und dann habe ich dazu habe ich mir noch die xbox connect geholt also die kamera weil die ist in dem edition normalerweise nicht drin da habe ich auch noch mal 100 32 euro extra bezahlt also knapp 100 knapp 710 oder so habe ich bezahlt 770 euro 10 das ist halt nicht so günstig aber ich wollte es halt unbedingt haben gesagt es hält auch bestimmt zwei drei jahre locker bis ich wieder langweilig wenn ich mir eine neue spielkonsole hole wenn ich mir überhaupt eine hole joa falls ihr lust habt schreibt in die comments oder schreibt mir privat eure xbox one namen hin also damit ich euch ändern kann können wir auch mal zusammen zocken wenn ihr natürlich bock drauf habt nur halb mit dem controller da müsst mich noch dran gewöhnen aber es ist wie bei der playstation eigentlich da wo x ist sag ich mal ist halt die beschädigungstaste da wo vier eck ist kreis und dreieck ist eigentlich sag ich mal 1 zu 1 fast dasselbe nur halt diese beiden sticks halt oben und unten rechts ist gewöhnungssache aber ich habe mich schon dran gewöhnt bei der playstation sind sie ja was nebeneinander kann man sagen ist jetzt auch kein nachteil da drin aber manche meiner freundin sagen ja das ist scheiße xbox scheiße ist nicht gut ich sag so hey kollege pass mal auf hast du überhaupt alle beide seiten probiert das ist genau wie iphone und samsung kollege sagt samsung ist besser andere sagt iphone ist besser ich sag so habt ihr beide mal auch mal die andere seite probiert nein ja wie willst du dann wissen ob es scheiße ist ich weiß es ich hatte beide seiten ich will jetzt nicht nörgeln aber iphone war nicht so mein ding sag ich jetzt zwar eher samsung weil mit samsung hat man viel mehr möglichkeiten und man ist nicht so gebunden sag ich jetzt man kann viel mehr sachen damit anstellen runterladen und hast nicht gesehen und gerade werde ich angerufen aber das juckt mich gerade nicht